Auf geht's! So geile Typen und so geile Podcasts. Ja, auf die Kamp-Podcast. Der ist ganz beliebt. Ich fahr' gespielen. Tataaa! Tataataataaa! Wir sind jetzt Affe. Ich bin nicht. Wir sind jetzt ein Vorfahren. Jetzt machen wir echt mal Liverpool gegen Astgermensch. Ich will jetzt wieder die Rauschen. Der war am besten. Was nehmen wir? Ah ja! Nehmen wir Liverpool. Mist, das ist wisch. Was, jetzt nehmen wir hier? Ich bin im Affen, ey. Irgendwann immer's Nasch. Nein, nicht so was. Nicht so was Normales. Ich will schon irgendwie so... Wie gibt's nix Nasch? Kambodscha oder so. Wie gibt's ja nix Nasch? Ja, dann machen wir das vom ersten Mal das Rote. Ich muss so laut bohren. Ja, ist wurscht. Das ist wurscht. Das ist wurscht. Ich hab's nicht mehr. Ich will Rot oder... Und wir freuen uns auf eine Partie zwischen Liverpool und Gas. Rot, ja. Rot oder Gold. Ja, da sind sie alle drin. Jetzt will ich mal schauen. So. Drin! Also schießen. Heber. Verhalten. Scheißen. Spielerschießen. Ah! Wo ist die Fischteile und Leute? Ach da! Okay. Spiele. Wechseln. Zweikampf. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Cheese, nein. Ah, das ist mein kleiner Monat. Jetzt halt. Ja, jetzt hier rum, oder? Ja, jetzt hier rum, oder? Wo geht's los? Okay, weiter geht's weiter, passt. Schauen wir das mal an. Wieso bin ich Rot? Ich bin ja nicht schneller. Ja, da bin ich. Oh! Oh! Jetzt hab ich gedacht, er hätte fallen. Ey, hab ich zu mir los. Ja, da ist er. Ja! Ja, da wären sie dann ameinander. Ja, da müssen wir es abspielen. Jetzt rennt's so! Rennen! Was? Schlau, Boris! Schlau! Jetzt! Oh! Es war noch kein Abseits! Es war Abseits! Ich hab mich noch unten im Ball! Wo das reg' ich? Geh, Mann! Kesseln, Basel! Kesseln, wie bei... Vorteil! Und, Pass, Pass! Pass, Pass! Pass, der Ostern! Der Klupp, der Nerf, der... Der Taktik-Teiligen bei der Schlüssel zum Erfolg bei dieser Menschen. Die sind ja die ganzen... ALT! ALT! Und dann packen Sie für einen Großartigen Verteidiger aus, dann bekommt der Verteidiger den Ball wieder aus. Der steht da! Oh! Ah! Nun! Dann nehmen Sie jetzt die Bühne an den Ball. Oh! Nein, jetzt haben wir das Torf, das ist doch noch der alte Finale Siemens. Das ist doch, ich meine, er hat gut verliebt. Saute! Wieder hoch und vor Ort. Saute! Ah! Sauber erwischt! Sehr schön vor. Wie das hier klebt. Hatschot! 忠 Jetzt geh' mal durch! Ja, ich geh' mal durch! Aha, da muss ich sprinten! Da ist er oben, da ist er oben! Ach, schau, da ist er irgendwo nicht fähig! Ich würd's auch nicht fähig! Ich würd' auch tritzen! Okay? Ja! Knüppf! Knüppf! Ah, seid nix! Uhuhuhu! Das war doch nix! Hau, 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 hau! Ah, da hast du's schon wieder, total geschaut! Ich wollt' jetzt sagen, hey, man! Hey, man! Hey, man! Hey, man! Oh, nein! Ich hab' da auch schon weit vor, weit vor! Lasch, schieß' ihn einfach gar mal rein! Ja, und jetzt! Schieß langsam, bitte langsam! Ach, schieß doch! Ja, das ist ein sehr zu viel! Ich hab' da quasi nicht! Fast gegen Basi arbeiten! Ja, nix! Ey, grün ist da noch fast! Fast! Da, ich geh! Ja, aber die Situation bedenkt! Wen haben wir mich schnell geholt? Nein! Das hat ihn aussteigen lassen! Das war jetzt echt ausgestimmt! Ja, na! Ja, da wird's ja nicht gewiss! Ja, da wird's ja nicht gewiss! Äh, äh, öh! Äh, öh! Dann müssen wir keinen! Da ist ja mal schon wieder ins Spiel! Oh! Was ist das? Aus, aus! Super! Super! Ach, mich greift keine Ahnung! Da steh' ihn vor'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'. Da ist ja auch immer durch ein großes Du Berkeley- Ich weiß ja, das ist wirklich das Beste ist das Beste zu halbieren, ohne Bars ein bisschen Zeit ヽ ノ Na ja, Bars sie, dasleri bav'd youner comentários! sebelum Ding ist Daniel erected Nein, nein, nein! Eher ichud'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'hn'n'n'n'n'n'n'n'ha خ saf'n'n'n'n'n' 'n'wraham ESL'лично! Los! mamm'و çev'n'n'n' Murray! Awareness! AAARGH, BASSIE,ändert,Üiku, tiens!! Och! Du bist an 얘... Jetzt komm ich schwang raus! Raus den Ball! Irgendwann ist das Spiel-Einzeit-Den-Grasse, den hauen sie euch auf! Ach, der Chef-ee! Ja, oben, oben! Der Chef-ee! Ja! Klassisch gehen wir, oder? Klassisch gehen wir, oder? Hint ihr nicht, Eider? Wie soll denn das? Kommt ihr alle im Ball wieder zu? Nicht, diese Fies-Technen, oder? Na! Na! Na, du, gib ihn auch bitte was, heuen auf! Ja, kommt er! Ja! Oh! Ah, ja, was ist das? Ah, da ist er nah! Ah! Ja, ne? Ein Totenstück! Irgendwie ist der Ball doch ein... Die Spieler den einfach so sind, du! Wie ist der Ball doch auch? Das ist simlosiert! Das ist simlosiert! Das ist doch ein... Nashi! Wer ist der für Chef? Wer ist der für Chef? Wer ist der für Chef? Du drückst immer nicht zu viel, oder? Ich 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 drückst immer nur ein bisschen, was ich schreibe. Ja, Backenwer, Backenwer! Ja, ich finde nicht, natürlich, der Schreffensvoll, wenn du nicht ausgehend. Schön! Gell, jemand denn da oben da, du Füchser! Ehm, ein... direkt da! Das wär schräg ich! Wie O, Krieri! Zusammen gedrängt das. Du musst in die Situation wieder... Du musst in die Situation gedrängt! Du fehlt nur meiner! Er ist frisch! Gell, gut, wie so mag ich... Nein! 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 Der war geil! Die war echt geil! Das ist eine Scheiße! Der war echt geil! Schau mal! Pause! Nein! Da ist mir zu loben! Da ist mir zu loben! Sauernos! Ja! Haben wir es noch mal in die Phase gerettet? Ja, mach ich halt ein paar zwei Stunden. Na ja, wollte es ja noch haben. Und ihr solltet den Zuspürzern immer nicht. Ja, was man alles macht, doch denkt ihr, das ist immer in die eine Richtung. Da wollen wir es eben nicht angestellt. Wir wollen verlängern, oder was denn da wollen wir anerstellen? Entschuldigung. Der Ritter ist nicht der Lage, die Ritter haltet. Ja, der hat aber auch das doch geschafft. Das wird erst mal geklärt. Harnock! Gut gesehen, er spielt den Mann in der Lücke an. Ich hab's nicht meinen Glück! Komm, ich hab ah started! Enkel, auch nicht mehr Lyz! Er ist wieder meine Glückcritания in der Südk груnderung! Ja! Mach! Ja! imatiger! Euer 아래! Mein Gott! Jürgen! ua 05.. Schießen! Schieß ihn! Begoner schießen! Schießen! Glaubst du nicht? X ist nicht... D ist nicht... Jetzt schieß! Jaaa... Geh weiter! Eine gefährliche Grätsche, obwohl der X wieder noch nicht frei weiß. Schieß! Oh! Man nennt mich denn auch, oder? Die Katze von Katze. Wer ist denn da mal? Nehmen wir uns denn mal? Schießen wir auch? Ach boah, also... Ja, also, da ist das hier... Schießen wir mal, der Gelbe! Der ist doch verteidisch! Ja, der ist doch verteidisch! Jetzt weiß ich, Beschiedsrichter! Beschwerden kann er sich über die Werbekarte nicht gerechtfertigt werden! Nein, nein, nein! Beschwerden kann er sich über die Werbekarte nicht gerechtfertigt werden! Nein, nein, nein! Jetzt mach ich ganz langsam! Nein, nicht doch Sprinten! Geh halt einfach langsam hin! Und vor dem Grün, vor dem Roten, nutzt er die Chance! Ja! Ja, ich hab einen Torwart geschossen! Ja, in dem Winkel! Schau mal, wie viele Alten spielen, wie sie gleich in der Halle... Oh, in dem Innenwinkel! Passen Sie bitte den Römer gewaschen! Dann hab ich das gar nicht gewaschen! Entschuldigung, das ist der Römer gewaschen! Schau mal auf, wie soll ich jetzt der Druck! Und der Druck kennt das nicht mehr! Na, 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 na! Und der Druck kennt das nicht mehr! Ey, wo hast du da eine? Oh! Da hab ich ja gewaschen! Ja, da hab ich ja gewaschen! Da sollte sich immer das gewärmen! Hm! Ha, ha, ha! Biree! Sieh. Sieh. Das ist so ein Bock! Das hat doch jemand Ronaldinho! Oder hat den Falschnutz? Was sind wir mit dem Bockmann? Ich bin auch besser schon fett worden, wenn ich Kippa spiele. Wann, du sollst du ja erfahren? Was ist das Bogo? AHHHH! Was haben Sie gesagt? Ah, nein, nein! Ich sehe ja die Bauern! Die Bauern! Die Bauern! Ich weiß nicht so wie der Geld für sie, ich will ja echt nur... Grätschen! Also schnitt Haugen weich mit mir! ... ist etwas über ihn Sprengen gekommen! Ich sag' mir auch, weil das ist ja gut, dass du was sagst. Ja, wir werden ja gut mitten. Wir dachten aber! Ja, los! Und jetzt kann ich noch mal! Nein, ich soll mal kein Los sehen! Ja, hier! Ja, da oben bin ich, da oben bin ich! Ja, weiter! Richtig! Ja! Und immer von hinten einige Menschen! Ja, hinten ist schlecht! Wo jetzt da oben bin ich, da oben bin ich! Ja, da bin ich ein bisschen! Ja, da bin ich ein bisschen! Ja, da bin ich ein bisschen! Ja, 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 ja! Ja, da haben wir zu schieben. Wo bin ich eigentlich? Ja, da haben wir... Ja, klar, im Mittelkreis! Im Mittelkreis! Da hat er eben die Beine weggezogen. Oh, schon! Der ist der halben Arsch! Schweizer Ahnung! Ahnung! Mach das Ding! Mach das Ding! Nachgeschossen! Juhu! Ja! Wir fühlen noch! Aber wenn ich ihn nicht noch Ich bin die Brünsche total noch Ja! Du hast doch den geilen Intimit! So! Tiret! Aus! Ich weiß nicht! Aus! Komm mal! Ich muss nicht weiterspielen! Halt! Ich glaube, jetzt ist ihm ruhig geschehen! Wie wird das ganze Sprüche enden? Jetzt ist der Zauge gebrochen! Vielleicht doch nicht! Ja, Bire! Jetzt bist du noch mal du! Okay! Oh, um mich! Oh, da ist er! Wo ist er da? Ja! Da hat er sich abgelehnt! Serio! Nein! Das bin ich! Das bin ich! Ja! Ja! Wo hinten durch! Dann haben wir aber nur die Kippchen vielleicht! Nein! 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 Das ist voll! Ich haue die zusammen! Das ist aber faul! Ja! Nein, ich muss mal sagen. Zweierzwanzig! Sogar der Schiri! Nein, weil er weiß, dass er auch so ist. Ja, 22! Ich glaube, du bist doch einer! Ja, 21 sind's, wenn's ohne Schiri! Ja, 22! Rechts! Du selber! Du bist doch einer von die 11! Ach, stimmt! Ja, eben, deswegen mit Schiri sind's 22! Nein! Nein! Naja, voll gemein! Jetzt hab ich den tiefgründigen Scheißer! Das ist tiefgründig! Nicht nur der Maus! Dankeschön! Nein, damit! Oh! Oder? Oh! Okay, jetzt! Sicher Assi spielt! Sicher Assi spielt! So geht das! Ich hab doch sicher Assi gespielt! Ich hab doch sicher Assi gespielt! Ja, oder? Ja, hab ich! Oh, der Fußball ist schlecht! Ja! Okay! So, er wurde jetzt noch gebremst! Ist auch hergeflacht! Man könne noch gehen, sich eigentlich noch hinten gestacken! Gell, Fadenkreiz! Aber, gell, wir müssen jetzt schon gehen! Gell, Fadenkreiz! Oh, weg damit! Dann würde ich jetzt den Auto abgehen! Gell, Scho! Renn! Renn! Jetzt da oben! Masher! Ja! Ja! Aber, wir waren ja Spieler! Uarer Warsch! Ja! Nein! Halops! 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 Er ist der Gastgeber, er hat bestimmt! Nein! Ich bestimmt auch nicht mehr! Der Gast ist der! Der, ich mach nicht gar nichts! Wir müssen auch nicht spielen! Ja, okay! Ich hab' den Auto gespielt! Ja, genau! Ich hab' den Auto gespielt! Hast du's jetzt schon angestellt? Ja, wir waren bloßig! Ah, hier, Helper, woher! Aber was macht ihr wieder? Hallo! Was ist klar? Nein, jetzt spielen wir mit Basi! 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 Wir spielen denn noch mal 1! Nein, dann haben wir mit Basi! Dann geh' den noch aus den Zosball! Was machst du denn? Warum? Nein, ich, was kann ich denn dafür? Du willst doch nicht auf seine Nummer spielen! Ja, aber der FC Mann ja auch! Ja und? Systems! Ja, aber der Simon, der wohnt kindlich! Neustart, das ist ja unfair! Neustart, der hat selbst was unfair! Der Basi, der Basi boykottiert! Ich bin nicht nur, dass ich hier... Ah, ein Eier! Ein Eier, ein Eier, ein Eier! Jetzt packt er auf! Ja, da hab ich! Und eine! Also mit eurer Verzweiflungstaten! Täter! Pass! Tschüss! Posten! Scheiße! Dumm geboren, wirds der Tag ja... Ja, der ist ja geil! Ach! Das ist ja nicht viel Kass! Obseize! 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 Es ist schmul! Obseize ist schmul! Als Kass kommt, war es keiner! Es ist schmul, wenn man Obseize nicht kennt! Das hat bisher passiert, was ich jetzt Fußballspiel kaputt habe, Obseize! Ja! Das ist doch nimmer gar keine Spiele! Und bis da keine Ausliegen... Gerard! Ich bin der Eindruck für den Nächsten! Immer dich! Immer dann in den Augen ist Aschloch! Jawohl! Jetzt ist es soweit! Jetzt ist es soweit! Ah, sorry! Ja, da muss ich besser aus! Ja, warte, komm spiel! Nein, ich hab schon 2,3! Ich hab da schon von 1,5 Stunden gedruckt! Ja, du nährst nicht! Dann nährst du deinen Scheiß-Winsel-Lein! Dann hörst du deine Scheiß-Winsel-Lein! Dann komm ich nicht immer zu! Ich bin jetzt nicht! Wartei-Scheiß! Ach, её! Wartei-Scheiß! Wartei-Scheiß! Und so... Ja, ihr Pultteil, das wär Vorteil für uns gewesen. Vorteil, weil der Mikkel ist. Licht und Schatten sind mir jetzt sehr älter. Schießen, geht, schießen. Zieh da ab! Abzug! Wunderbar! Wo mal deinen Wichser hast du? Oh! Ecke! Ecke! Selbst gibt's ja gar nicht! Oh, schlecht! Oh, fang ich da! Ich hab das immer noch nie check mit dem System. Wenn du willst, muss ich nicht reihe unterhalten. Hehe! Nasch! Das ist gut, wie zieht es das so? Lass, nicht einer, der Inke! Schießen! Das ist bloßvoll! Das ist der Nitzelzusprich! Dann müssen wir lösen mal Arsch! Du solltest die Provision nach vorne alle gleich sein! Ja! Nein, 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 alle gleich sein! Die war ungerechtfertigt! Raus! Schuss! So schnell kann es gehen! Wach! Ja! Und das war böse! Das geht da los! Ja! Was soll denn jetzt? Ja, in das Eckart! Warte mal, wo ist denn der Volle jetzt? Der Winterbarni! Der ist der Unfähigste von den Unfähigen! Der Winterbarni! Der Winterbarni! Der Winterbarni! Der Winterbarni! Ah, sorry! Gott sei Dank! Lass es für mich! Wie schön ist! Der Winterbarni! Das war doch du! Mach's! Ich hab noch nicht gut getroffen! Das ist geil! Das ist geil! Na geil! Grottische Kennt zwischen Torwart und Spielberg! Wer sagt dann du Arsch noch! Vier Eck! Na, okay! Hau'n um! Einfach ungerätschen! Spieltatt! Was? Was? Ah, Mann! Ich hab ja schon Ball! 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 Scheiß! Ah, ey! Ah! Nein, das bin ja nicht! Ach! Jetzt kurz gerätschen! Er weiß, dass er den Ball nur... Ja, ja, ja! Ja, ja! Nicht und schau! Nicht und schau! Und schon ist der Gegner wieder in Ball! Das ist gut wieder immer los geworden! Da konnte er den Ball wieder ins Licht halten? Na! Der war schön! Omini, Omini! Schluss! Es Mitter! Es Mitter! Es Mitter! Holfer! Ich bin ja gar nicht mitgekissen! Unten liegt der Basi! Ja! Du bist die Lädes rote! Einfach Lädes rote Basi! In meiner Richtung ist die Lädes rote! Ah, ich bin das gesammelt! Ja, nein, ich bin das gesammelt! Der hat auch noch Pech! Ich hab ja schon wieder ein Basi! Ich glaub' das ist jetzt so kein einziger Ebenjob! Ich kann ja nicht! Ich kenn' den Basi! Ich spiel's schon gar nicht mit dir! Haha Da weiß ich auch, was er für Eben ist! Kann man das wissen, so ein bisschen! Ich schau' ja auch! Was hie mit den Zeichen oder so? Hau den weg! Hau den weg! Wir richten keinen mehr mit zu Hause! Wir richten nicht so auf, sogar in Spielen wurde nicht mehr gezählt! Jetzt ist es auch so, der Prost! Auf gehen, Nuss! Auf Fluss?! Ja, ich bin so, dass wir zuhause! Wie viel Prof exercise! Sieht aus! Fie, Fie... Ah, hätt's ja aus! Und da ist er! Der steht im Tor! Da! Ich hab ihn weg! Weg! Ix! Ix! Jetzt mal das A ein bisschen sparsamer! Hei! 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 Vorne! Vorne! Wir haben zwei Winger jetzt, oder? Ja! Ich will Herr Wehen! Ich will Herr Wehen! Ich will Herr Wehen! So, ich weiß nicht! Basi, wir müssen jetzt ein Tor bauen, Sie haben zwei Spieler weniger! Ja, dann machen wir dann! Dann müssen wir einfach die Ausspiele machen! Ja, die sind zwei Ausspiele weniger! Wenn man vielleicht die Vurspiele hat, zwei Spieler haben wir die Schraub bekommen! Basi, da haben wir nicht! Ab fünf wird noch weiter gespielt! Ach! Sie sollten Arsch ein bisschen früher spielen! Danke, dass du mir die Reden wehltest! Jetzt geht durch! Jetzt geht wieder langsamer! Und... Schuss! Ich bin eben da! Ja, Rocky! Rocky! Ich stehe schon abgeholt! Ich stehe schon abgeholt! Okay! Nicht gehabt! Ich bin zu frisch! Die Frau! Ich weiß, dass du hier ein paar Scheisse drin bist! Nein, aber die Gummels, äh... Jaaa... Ich weiß ich schon... Die Oberfahrtscheid! Ich bin der Oberfahrtscheid! Ich bin der Oberfahrtscheid! Genau! Ich bin der Oberfahrtscheid! Ich bin der Oberfahrtscheid! Weil die... Die Musen darauf auch herkommen! Oh mein Gott! So eine Endstahl gewört! Ich bin der Jake Johnson in Oberfahrtscheid! Also in der Oberfahrtscheid! In der Oberfahrtscheid! Du warst sogar, wenn ich auf Nürnberg bin! Waren wir so? Mit dem Plasibohaus! Mit dem Plasibo-Haus? Nein! Von dem gibt's jetzt ein Live-Tip, von dem wir kaufen! Wer eigentlich? Ah! Wer? Wer? Ja, Führé! Na Sie, wo waren sie in Berlin, war da? Egal, weil die haben nicht viel in Deutschland, und das war die auch lieb! Wursch! Wir sind auch nicht einmal in der Nacht rein! Wursch! 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 Ah, da war der Eis! Wursch! Was haben wir noch mal abgedeckt? Ja! Ah, scheiße, mit der X! Und... Hörst du? Du machst mich einmal fertig, Jungs! Das ist eine Lipidu! Ich wollte doch sie X drauf! Gell, ich fang wohl auch mit Libidu! Ja, Führé! Der hat sich bei dir mit Beuern ausgebildet! Stimmt schon, ha ha ha! Eine! Jetzt geh halt zu! Ich hab da X, F, E! Junge, bitte! Ach, geh hier! Ach, geh hier! Das ist auch, was ich... Ja, ihr habt da das mit Führung! Ja, ich fangt die Flitzung von des Balles und fängt ihn sicher! Sie haben sich den Ball zurückerobert ausgezeichnet! Oh, so bist du! Da! Wo? Da! Da! Da sind acht Richtungen! Und jetzt! Schlanke! Ja! Schön! Und jetzt geh! Langsam! Ah! Du hättest nur, wenn er gewinnen können! Ja, du meinst ja, da wär auch bei mir gestanden! Der wird schon wieder... Der geht aber so rein weg! Der wird wieder so ein Mucki rumgehen! Jetzt, komm, komm, komm! Ohi! Ohi! Was ist denn du da aus? Wer hat der Arne? Jetzt haben wir Arne gesucht! Ja, sauber! Mach, geh hier nicht, komm! Ja! Ja, wir werden nicht einmal in der Rade! Oder wirklich! Nein, wir werden nicht mehr anstehen! Wenn ich jeder etwas kann! Das war ganz krank! Ja, ich weiß genau! Das ist die Lieder mit zuerst weniger! Wie ist denn Stefan? Ja, jetzt machen wir halt Zeit schon mal! Echt? Ja, ich wollte schon mal! Die sind nicht gut! Ja! Die sind nicht gut! Die sind nicht gut, weil es abends geht. Die sind ja auch gut. Die sind nicht gut. Die sind nicht gut! Die sind nicht gut! Die sind nicht gut, weil sie nicht gut sind! Ich bin nicht gut! Wir sind nicht in unserer Männer! Wöhnlich! Wie macht der das bloß? Ja! Ja, gut! Und warum nicht? Ich sag die uns nicht! Das sollt's nicht immerr, er kriegt die Sensor! Und du solltest dich mal fragen, warum das da hinten steht! Ja, ich weiß nicht, was die machte aus dem Erinnern! Sein Haus? 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 Puh! So ein schlechter Tor raus! Das war mein Film! Bring dir noch vor, statt auf Zeit! Der war wirklich durchgedacht! Goalie Goalie! Das macht es doch! Können wir mal verschießen? Ach ne, mach mal! Komm mit Zeit! Komm! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, toll war es! Super! Bei dem hat sie reagiert! Naja! Ich glaube, es ist ein Spektakul direkt, wenn sie es geschafft hätten! Dafür wollte er nicht mehr Zeit bekommen! Ah, ja! Ja, gehen ganz hoch! Ich habe keine Zeit bekommen! Das stimmt! Überhebt doch gar nichts! Ich bin jetzt arschlich! Ich sehe einen Lauf! Ich bin einfach drüben! Was hat denn so ein bisschen Änder? Kann ich das auch nicht? Äh, ein Änder? Das gibt es nicht! Oh, man gibt hier... Ich schieße ihn weg jetzt! Ja! Ja! Ich schieße ihn an! Ja, doch! Mann, du! Da war ja Schettli mit... 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 Nix reinig! Ja, ja, ja! Fantastisch! Also, weil ich dann... Wollen wir einen Hintergrund... Ich dachte mir, wie ich das andere nicht! So, ich kann erst jetzt den Bauer wirklich heißen! Es geht! Da unten bin ich! Piri! Ich bin sicher! Wollen wir nicht! 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 Wir sind einfach keine homogeneren! Das sind keine homogeneren! Ja, geil! Ich bin froh, dass der kein homogen ist! Ich bin normal! Wollen wir nicht! Und was tut... Ich mach, ey! Ich hab... Ich bin erst wieder in Spür mit! Ich hab wieder ins Spür mit! Und das jetzt weiter! Ich hab echt kein... Ich bin echt fertig mit dem... Strategie! Ich mache es nicht mehr. Ich habe gerade auch so gut gemacht. Ich habe einfach ein sehr stark ausgeträgliches Es. Wo bin ich? Eija! Geht mal Sprinteschnurker! Körb geht ja weiter frei, wie du Sprintes. Bin jetzt sprünktlos. So, genieh! Oh, ja, doch, ja. Jetzt bin ich jetzt, das ist sicher echt schon genug. Ja! Oh, boah! Uuuuh! Spitz aus mit dieser Frondung! Das stimmt! Wie weiß! Ach, Schatz! Warte! 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 Ich kann jetzt einmal sitzen lassen. Ich muss aber... Ich muss auch nie die Hegel niederlang einmal sitzen lassen. Oh, nein! Das ist einfach so oft! Ja! Jetzt komm! Wo bist du denn? Oh Mann, war sie! Ich sieh' dir nicht! Sieh' dir nicht! Ich hab' dir nicht so vieles zu essen! 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 Wir haben einen Mann! Ja! Da hat der Master Chief abgelepfen! Ja! Der Master Chief will gespielt werden! Ja! So hat er schon! Wenn wir gespielt haben, Team Offball! ... und dann push Bälle Ludwig B residen if weren't von ... Ja, war gewalt. Ja! Ja!